Sohö, hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play 2 Max Payne 2. Es wird blind sein, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich kann auch schon mal sagen, dass mir die Aufnahme futsch gegangen ist, beziehungsweise ich sag, wie es so dumm war, die Aufnahmetaste zu betätigen und ich, ähm, äh, minutenweise, obwohl, kann ich das hier, ja gut, bringt das was? Nee, ähm, komm, wir spielen das einfach wieder von vorne. Hull, Helf, Helf oder Helf, blind, blind, alles, nimm mal, ne? Ja, wir sind immer noch Detective, fangen ganz am Anfang an. Warum nicht? Ha, ha, oh Gott, ich war so ein Dämpsel in Distress. Sie waren alle tot, Liebe kippt. Habe ich sie lieb, war es eine Wahl? Die Welt ist ein Gaping-Hole. Sie versuchen, zu gehen von es. Die mehr du gehen, die deeper, die mehr Schmerzen wird, die hinter dir geschützt. Sie sind schützt, auf deine Hälfte. Ihre einzige Chance ist, um sich um sich herumzuhren und vorzuhren. Wir sind auf der See. Repeat, wir sind auf der See. Aber es ist wie, nach der Schmerzen in die Grabe von deinem Liebe. Check the area! Hold your fire! Or kissing the mouth of a gun, a bullet trembling in its dark nest, ready to blow your head off. We're losing him! Multiple gunshot wounds, pupils blown, head trauma, God only knows what else! He's in shock! Start two large IVs, get him to ICU! Stop! He's not responding! This guy is a train wreck! We're losing him! When I woke up in the hospital earlier tonight, I thought it couldn't get any worse. I opened my eyes, and everything slid into focus. She was dead. I was hurt. My crime, what I had done, was like a hungry pit behind me. I had to run. Get as far away from it as possible. The world was out of joint. I was hallucinating. I had to get away. That's Maxi... Maxi... Maxi Peiner. 911! Sorry. Run! Dan Ross! Ja, warte, ich hab noch nicht die Kontrolle. So, jetzt können wir rennen. Ähm... Das kann man zeigen. Oder? Ja, es wird blöd, wenn man so viel trinkt. Ja, 9mm waren damals anders. Äh, auch wenn ich den anfange... Ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Ach, da ist doch nichts. Ist ja auch egal, wenn da was wäre. Der Mann hat mich aus der Stadt. Ich hab's jetzt vergessen. Hallo! Hallo! Ich hab's mit meinem Knochen. Hast du das gemacht? Du hast ihn getötet. Nein, ich kann nicht. Ich hab's mit meinem Knochen. 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 Ich wusste nicht, wenn ich die Stadt entdeckte. Die Stadtятсяugen von dem anderen Seite. Er hat meine Sprache. Der Werte reinget. Ich kann mich noch einen, ah, da ist ein. Die Party startet gleich. Ich kann mich noch einen, ah, da ist ein, ah, da ist ein. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ja, du weißt du was ich sagen. Du getest die Kredite, was wir bekommen? Genau. Oh ja, du weißt du was ich sagen. Mhm. Bang. Oh Gott. Das habe ich komplett vergessen. Mhm. Yep. Ich bin einfach nicht mehr. Das ist ein, was wir auch nicht sehen können. Ich bin einfach nicht mehr. Ich bin einfach nicht mehr. Okay, das ist der Weiß, das ist weg. Das? Hey! ja das ist halt blöd das mit dem ganzen blut das ist schlecht fürs geschäft ist auch bereichsmaterial auch schlechtes geschäft soweit ich weiß ging es auch da hoch der Rest mit dem F-Hin-Fahrer der ist da oben ok ja das ist mir das letzte mal auch schon aufgefallen warum ist nichts für mich übrig warum ist für den detektiv nichts übrig unglaublich unglaublich ja Am Ende hat es sich doch gelohnt, oder? Das Ding ist zu. Ähm... Please wait. Was? Enough chit-chat, finish her! Wait! Die Moskai hat uns attack! Ich habe keinen Brief mit euch! Ihr habt sie raus! Hör, ich arbeite für Vladimir! Honey, du arbeitest für niemanden! Was willst du? Wir können... NYPD! Schrauben sie! Oh Gott, nein! Wie all die schlechten Dinge in meinem Leben. Es begann mit dem Tod einer Frau. Ich konnte sie nicht schützen. Nach ihm, lass ihn weg! Ja, das war... Das war leider überhaupt nicht gut. Ich hätte... Ich hätte schwimmen können, der hätte die Ingram gehabt. Ww, w w, 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 w... Das war Knopf. hey 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 das ist cheating wir sind im jahre 2004 was wir gefühlt kam alles im jahr 2004 aus da kannst du doch nicht einfach durch boxen schießen damals war das ein solid object oh gott das sind ziemlich viele ein paar tic tacs ich sagte doch die tic tacs die die bleiben nicht aus dem haus bist du vor 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 Komm schon! Endlich! Hey! Mona? Max! Wir müssen uns damit stopt. Mona! Ja, ich kann mich an einen Nasty-Steller hier erinnern. Meine Backup hat arrived, but the cleaners were slipping away, making a run for it. Take advantage of the shots! Ich bin gerade so durchgerannt. Oh shit, genau weil ich das... Ah, okay, gut. Nee, es hätte ja sein können. Ich dachte, vielleicht kann ich das verhindern, aber... Max! Du bist okay? Okay, dammit. Hey, wir arbeiten zusammen auf das. Du hast eine Sloppy-Pane. Du hast verletzt. Es ist nicht akzeptabel, dass sie sterben ist. Du kannst du besser machen. Ich habe es gespielt, wie immer. Aber alles hat sich geändert, als die Türs aufbauen, um Mona zu erinnern. Annie Finn war ein verletzt, verletzt, verletzt und Feuerwehr. Right. Das Haus von Vladimir Lem. 3 Gruppen. 1. D.O.A.s, die mit dem Russischen O.C. Identified als Finn's employees. 2. Die Mafia. Und 3. Die Clowns, die in der Klinik. Jumtsuits. Sie haben einen Namen. Kaufmann. Das ist schweig. Es hat nur angefangen. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Ich mag es ein wenig. Es ist deine, Pane. Es macht keinen Sinn. Für dich, Winterson. Homicide. Sebastian Gate. Es wird überall über die報kungen sein. Der Senator. Winterson war der Ideal. Was der Job war alles um. Someone zu schauen. Bravora wusste auch. Wir haben Glück. Es gibt ein Ereignis. Sie schweig. Sie schweig. Sie schweig. Sie schweig. Sie schweig. Ich wollte nicht hören. Mona war der Fall. In Winterson. Ich habe nicht gesagt, ich hatte sie gesehen. Ich wollte sie verraten. Vielleicht war es weil sie lebte. Wenn alle anderen immer wieder sterben. Ich habe die Gefahr. Die Gefahrzeugung warst. Was ist die Gefahr? Wir haben ihn. Du bist ein Freund. Ein Computer zu schauen, auf die Schmerz und Kaffern im Kaufmann kam. Was hat das gedacht? Ich wollte mit Vlad sprechen sprechen. Ich mache die Veränderung. Ich werde ihn mit ihm sein. Das wäre der Bedeut. Mit dem Anni-Finn. Vlad hat den alten Ragnarok-Klubb verbrief. Er war renoviert ihn in ein trendy Restaurant. Vodka. Ich habe mich überrascht, aber ich habe mich überrascht, dass ich mich überrascht, dass ich mich überrascht. Ich habe mich überrascht, dass ich mich überrascht, dass ich mich überrascht. Blatt! Mach! 9-1-1! Schmerz mit großen Schäden! Sie haben mich auf die Beobachtung geholfen! Ich kann es nutzen, ich kann es jetzt nutzen! Ich bin die Beobachtung! Ich habe mich überrascht, dass ich hier ein paar Beobachtungen habe. Ich habe mich überrascht, dass ich hier eine neue Beobachtung habe. Mein vor Ort besitzt hier in den Schäden! Ein lustiger Ruhm unter der neuen Schraubung! Hm... Ladies and gentlemen, Allow me to present Max Payne, New York's finest, With the biggest mobster body count ever! Dearest guests, Prepare to die! Max! I would love to come and welcome you, But I'm busy dodging bullets and hiding under a desk is above! Oh Gott! Someone was talking on the other line. Nothing to worry about me. I'm going to be alright. When haven't I been alright? Max is here now. You know Max. I'll call you when it's over. I love you baby. Vlad was a perfect gentleman, reassuring his girlfriend. Someone other than Annie. Hey... Das war... ...knap, der war nid so knapp. ... ... Max, du bist ein Mädchen. Es ist ein Mädchen. Hey, du bist Max' Fan? Ja, der zu mir. Max! Ich bin Max, Vladimir's Freund. Du bist der Sheriff. Wie geht's, mir deinen Boss zu machen? Lass uns deinen Boss ausbauen, bevor er uns alle zu sterben spricht. Los geht's!